Waren die Gäste noch zu einer Reaktion fähig? Eigentlich kaum vorstellbar. Shaqiri, Schipperfield, wow, was für eine Ballstrafette und wow, was für ein Tor, sensationell! Der FCB lag eigentlich schon auf dem Sterbebett, was für eine Auferstehung! Die Kombination vom Feinsten, der Abschluss von Benjamin Huckel, kaum zu toppen, 1 zu 1 nach 61 Minuten. Schalant konnte es nicht fassen.